Messezeit. Heißenzeit. Messezeit. Heißenzeit. Messezeit bedeutet für mich ein Highlight der Saison. Messezeit bedeutet, dass wir unser neues Bausystem, das wir seit einigen Jahren machen, anpreisen. Und zwar sind das Passivhäuser, die wir seit einigen Jahren sehr erfolgreich bauen. Messezeit. Heißenzeit. Messezeit bedeutet für mich, dass wir unsere ganze Produktpalette alles vom Keller bis zum Dach anbieten können. Messezeit. Heißenzeit. Für unsere Kunden bedeutet Messezeit, einfach im lockeren Kontakt reden zu können, das im Alltag immer zu kurz kommt und dafür ist die vier Tage Zeit. Messezeit. Heißenzeit. Die Vorteile von Messezeit ist, dass wir sehr viele neue Personen und Kunden kennenlernen. Messezeit. Heißenzeit. Unser Stand ist in der Halle 7, Stand Nummer 734. Messezeit. Heißenzeit. Messezeit. H텐, G servineet. Messezeit. 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 wird achtergrat. Messezeit. Vielen Dank.